Mensch, klasse Timing von mir. Alter, die wollen es mir echt nicht einfach machen, was? Alter! Alter, das Kampfschiff, los! Woo! Scheiße! Der ist jetzt echt die Kacke am Lampfen gerade. Was will der Vogel denn? Alter! Alter! Hallo, angreifen! Da! Jawoll! Ja, 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 Moment! Kein damit! Sehr gut! Steht zu, dass ich noch was finde! Ja, das wäre ganz hilfreich. Was haben wir hier denn? Oh, Raketenwerfer! Songbird ist bereit! Hier lang! BAM! Jawoll! Nächste Mission zerstöre alle Box-Zapine, ne? Scheiße, getroffen! Ja, die schaff' ich eigentlich so. Okay, das ändert schon mal gar nichts. Wie viele Pets hier jetzt hier kommen! Alter, können die mal stehen bleiben? Ich hab' noch nichts. Ich hab' noch nichts. Ich hab' Munition! BAM! BAM! Bitte sehr! Danke! Das kam gerade recht. Ich versuch' Nachschub zu liefern! Schiebt ab! So! Was sagen wir denn unter? Was haben wir denn Problemen? Was sagen wir ihrem kleinen Händchen? Das gefällt mir überhaupt nicht! Nee, kann ich verstehen. Wer schießt denn da? Ja! Ach, von da oben! Okay. Okay. Oh, verdammt. Was ist so? Ich versuch' ich nicht. Ich muss auch mit ihm hinschicken. Ja, 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 ich seh's. Kann ich gerade leider nur nichts gegen machen. Alter! Okay, du kommst her? Das ist ziemlich sehr freundlich von dir. Das ist sehr gut. Alter, Schwede. Dann halt so. Ach, Gesundheit. Alter, da ist... Wegen so'n kleinen Zacker hab ich dir jetzt Schaden genommen die ganze Zeit. Ach so. Puh, wenigstens ein kleiner Augenblick Ruhe mal eben. Konnte ja nicht lange anhalten. Ich kann ja nichts trennen. So, suche Leserberg am... Wo ist hier noch einer? Was ist hier unten? Wow. Wobei... War doch ganz entspannt hier. Juhu! Ah, und jetzt... Bukka, komm her! Was, was ist? Ich bin da. Hör zu. Mit dem Songbird kannst du das ganze Gebäude einreißen. Den Siphon zerstören. Und willst du das? Nur so finden wir die Wahrheit heraus. Über meinen Finger, Comstock, alles. Rass.